In diesem Video geht es darum, wie die Verteilung des Reward Tokens bei einer Yield Farming Plattform geregelt ist. Fast immer wird nur ein Teil des maximalen Supplies des Reward Tokens über das Yield Farming an die User verteilt. Der andere Teil der Reward Tokens wird vor dem Launch unter bestimmten Parteien, die an der Plattform beteiligt sind, vergeben. Wie die Verteilung strukturiert ist und nach welchen Regeln der Supply des Tokens auf den Markt kommt, das nennt man Tokenomics. Die Tokenomics sollten vor dem Launch einer Plattform feststehen und vor allem auch veröffentlicht sein. Dazu dient das sogenannte Whitepaper der Plattform, das in der Dokumentation zu finden sein sollte. Fehlen klare Angaben zu den Tokenomics einer Plattform, ist das ein sehr schlechtes Zeichen und deutet auf Betrugsabsichten, mindestens aber auf Schlamperei hin. Häufig sieht die Verteilung der Tokens so aus. Einen großen Teil, in der Regel zwischen 25 und 33 Prozent des maximalen Supplies, bekommen die Betreiber der Plattform auch Devs oder Team genannt. Manchmal wird suggeriert, dass dieser Teil in die Entwicklung der Plattform fließt, was aber nichts anderes bedeutet, als dass diese Tokens an die Plattformbetreiber gehen. Ein anderer signifikanter Teil der Tokens geht an frühe Investoren oder einen Inner Circle von Insidern, Influencern und Friends and Family und dergleichen. Zusätzlich wird ein Teil der Tokens für Partner zurückgelegt. Das sind zukünftige Kooperationspartner oder auch Akquise-Targets. Natürlich kann es noch alle möglichen anderen Kontingente geben für unterschiedliche Zwecke, je nach Plattform. Die restlichen Tokens gehen an die User der Plattform und werden über das Yield-Farming verteilt. Dabei wird der maximale Supply des Tokens nur langsam über einen definierten Zeitraum erreicht, um die Inflation, die typisch ist für einen Reward-Token, einigermaßen im Griff zu halten. Sehr oft wird darauf geachtet, dass die Tokens für die Farmer knapp über der Mehrheit des Gesamtsupplies liegt. Das soll den Eindruck erwecken, dass die meisten Tokens in den Händen der Farmer liegen und nicht bei den Insidern. In Wirklichkeit ist das aber durch die langsame Verteilung der Tokens nicht der Fall. Die Mehrheit der Tokens liegt beim Team und dem Inner Circle und wird über die Zeit auf die User der Plattform gedumpt. Das geht, weil das Team und der Inner Circle die Tokens schon vor dem Launch bekommen. Die Partner dagegen stehen im Vorhinein noch nicht fest, daher werden die Tokens für später reserviert. Wenn das Team und die Insider gar keine Tokens erhalten oder in derselben Geschwindigkeit wie die Farmer, dann spricht man von einem Fair Launch. Das kann dann besonders interessant und lukrativ für das Yield-Farming sein. Der Nachteil ist aber, dass möglicherweise einige wenige Wale die Kontrolle über die Plattform übernehmen. Yield-Farming-Plattformen stehen inzwischen in einem sehr starken Wettbewerb untereinander, sodass einzelne Plattformen sehr kreativ darin sind, zwar den eigenen Vorteil im Blick zu halten, aber auch dem User eine Chance zu bieten, einen Ertrag zu erwirtschaften. Nicht zuletzt ist das Yield-Farming auch eine Möglichkeit, neue Projekte zu finanzieren und die Yield-Farmer als Kapitalgeber am Erfolg zu beteiligen. Beim Yield-Farming kommt es darauf an, die attraktiven Projekte frühzeitig zu identifizieren und die schlechten Projekte zu meiden.